Allegorie, Symbol, Personifikation, Attribut. Es erwarten uns mal wieder ganz schön viele Begriffe, die alle irgendwie nach Sprache und nach Grammatik klingen und außerdem irgendwie schwer voneinander zu trennen sind. So viel aber schon mal vorneweg. Die Allegorie ist in der Kunst ein Oberbegriff für das Bemühen darum, komplexe Ideen durch verständliche bildliche Symbole, Personifikationen und Attribute zu vermitteln. Eine Allegorie ist also die Versinnbildlichung eines abstrakten Begriffes. In gewisser Weise eine verborgene Botschaft, die nur darauf wartet, vom Betrachter entdeckt zu werden. Also, los geht's! Allegorie ist ein bereits in der Antike verwendeter griechischer Ausdruck für dieses bildliche Reden und bedeutet wörtlich nichts anderes als es anders sagen. Mit Allegorien lassen sich abstrakte Begriffe oder Vorgänge durch Gleichnisbilder, oftmals in Form einer Personifikation, leicht erfassbar machen. Beispielhaft seien hierfür die Darstellung der Jugend in Gestalt eines hübschen Mädchens, des Todes in Form eines Skeletts mit Sense oder des Herbstes in Person einer Winzerin genannt. Allegorien haben also vielfach Symbolbedeutung, das heißt, sie sind im Wortsinn Sinnbilder. In älteren Zeiten wurde zwischen den Begriffen Allegorie und Symbol nicht oder kaum unterschieden. Erst seit Goethe wird der Unterschied darin gesehen, dass die allegorische Darstellung nur durch den gemeinten Begriff ihren Sinn enthält, während beim Symbol das Dargestellte außer dem tieferen Sinn auch eine vordergründige Bedeutung hat. Goethe sagt so Na, dann ist ja wohl alles klar. Im Unterschied zur Allegorie bedarf das symbolisch zu verstehende Kunstwerk vordergründig keiner Verständnishilfe. So gibt ein künstlerisch dargestellter Brunnen schon für sich genommen einen unmittelbaren weltlichen Sinn, kann aber auch als Symbol des Lebens verstanden werden. So ergeben auch die Vanitas-Stilleben der niederländischen Meister durchaus für sich genommen hübsche Wanddekorationen. Ihre wahre Bedeutungstiefe entfalten sie aber erst, wenn die Bildgegenstände in ihrer allegorischen Bedeutung als Memento Mori, als Erinnerungen an die eigene Sterblichkeit gelesen werden. Eine vertrocknete Blume zeigt das Dahinwelken des menschlichen Lebens, die abgebrannte und erloschene Kerze die abgelaufene Lebenszeit, der kostbare Schmuck, die Eitelkeit und Nichtigkeit allen irdischen Besitzes. Direkte Symbole sind jedoch nur mit kontextuellem Wissen zu verstehen. Fisch und Kreuz ergeben nur mit Kenntnis der Bibeltexte und der Geschichte des Christentums einen Sinn. Ebenso der Davidstern. Andere, wie Hammer und Sichel als politisches Symbol für eine Vertretung der Arbeiter und Bauern oder aber der Spiegel als Symbol der Selbstverliebtheit, erschließen sich aus dem praktischen Nutzen der gewählten Gegenstände. In der bildenden Kunst tritt die Allegorie in allen Epochen insbesondere in Form von Personifikationen auf, in der eine Figur durch Attribute, also ihr als Beigabe zugewiesene charakteristische symbolische Gegenstände, identifizierbar wird. Hierbei gibt es häufig eine verbindliche Ikonografie, etwa in der christlichen Kunst einen verbindlichen Kanon der heiligen Attribute. So ist Simon Petrus am Attribut des Schlüssels zu erkennen, eine Referenz auf die Aussage Jesu, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Maria indes ist lediglich eindeutig an der ihr kanonisch attribuierten blauen Gewandfarbe und dem Heiligenschein erkennbar. Ohne diese Attribute wären beide in der Darstellung einfach irgendwelche Menschen. Leichter ist es mit der Einordnung da schon beim Gevatter Tod. Er kommt immerhin eindeutig als Skelett, mit Sense, manchmal auch mit abgelaufenem Stundenglas als Attribut daher. Neben der oder ergänzt durch die Nutzung solcher Gegenstände oder Eigenschaften können auch Handlungsweisen als Veranschaulichung eines abstrakten Begriffs in der einsetzenden Renaissance zum Beispiel häufig einer Emotion, einer Tugend oder eines Lasters wie Liebe, Barmherzigkeit, Neid oder Eitelkeit fungieren. Aber auch geografische Gegebenheiten finden sich als allegorische Personifikationen. Die Stadt Rom wird versinnbildlicht in den von der Wölfin gesäugten Zwillingen Romulus und Remus, der Rhein als Flussgott Renus oder später Väterchen Rhein. Aber auch die Figur der Germania, die wie zahlreiche andere weibliche Nationalallegorien mit dem im frühen 19. Jahrhundert erstarkenden Nationalbewusstsein und auch Nationalismus die Eigenständigkeit der Völker symbolisieren sollten. Da die Allegorie also abstrakte Sachverhalte durch Figuren, Gegenstände und Attribute sowie Symbole darstellt, ist sie besonders in der bildenden Kunst eine fruchtbare Möglichkeit, gesellschaftliche Konventionen, Normen oder Moralvorstellungen in Bildern sichtbar und dadurch verständlich zu machen. Heute sind indes zahlreiche allegorische Darstellungen der Vergangenheit für uns nur noch schwer zu verstehen. Die Figuren und ihre Attribute müssen vom Betrachter identifiziert werden können, um ihre Bedeutung zu erkennen und einzuordnen. Weil die Darstellungen aber oftmals recht subjektiv und die Bedeutungen im Kontext ihrer Zeit verwurzelt sind, kann es sich für das ungeübte Auge als problematisch erweisen, die Absicht des Künstlers noch Jahrhunderte später zu entschlüsseln. Umfangreiche Kenntnisse vor allem der klassischen griechischen oder römischen, aber auch der germanischen Mythologie und Sagenwelt können heute ebenso wenig als selbstverständlich vorausgesetzt werden wie eine genauere Kenntnis der Bibelgeschichten und ihrer handelnden Personen. Diese sind aber eben unabdingbar. So denken zwar Menschen heute bei Hermes noch an mehr oder minder schnelles Überbringen von Sendungen, allerdings eher durch einen die Straße blockierenden Lieferwagen, denn durch einen mit geflügeltem Helm und geflügelten Sandalen ausgestatteten Götterboden. Den personifizierenden Figuren zugewiesene, sie charakterisierende Attribute wie Werkzeuge oder Gebrauchsgegenstände sind für den heutigen Betrafter oftmals nicht mehr ohne weiteres verständlich. Die Justitia als Personifikation der Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit erkennen wir vielleicht noch an der reinen Symbollogik der Attribute wie einer Waage für sorgsames Abwägen, der Augenbinde für Unvoreingenommenheit und einem Schwert für die Härte des Gesetzes. Beim Stab des Esculap, dem in Darstellungen zumeist ernst reinblickenden Gott der Heilkunst, dürfte es da schon etwas schwieriger werden. Wer weiß schon, dass der von Schlangen umwundene Stab darauf verweist, dass sich Esculap im Kampf gegen eine Seuche in eine Natter verwandelt hat, die Schlange hier also Sinnbild einer positiven medizinischen Leistung ist. Wehe dem, der beim Anblick von Schlangen nur in den Bahnen der Genesis des Alten Testaments denkt. Da lauert dann so manche Fehldeutung. Und genau dort liegt insbesondere für uns Kinder des 21. Jahrhunderts eine große Gefahr. Im Nicht-Erkennen und Nicht-Verstehen der Geschichten, die der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis wären. Oder, um es mit den Worten des großen Walter Benjamin zu sagen, Allegorien sind im Reich der Gedanken, was Ruinen im Reich der Dinge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017